Ja, nachdem ich das Feeds besungen habe, was während des Lockdowns eigentlich öffnen sollte, noch ein zweites Lied über eine Gaststätte in Stadtfeld, die gleichfalls öffnen wollte, die es aber vorher schon gab und die viele von uns sicherlich auch kennen, das Café Amsterdam. Anfang November sollte es neu eröffnen, mit alten Namen und total schick eingerichtet. Und es ist nichts geworden, aber zur Eröffnung hatte ich wieder auch was geplant und das ist das folgende Lied, Café Amsterdam. Vis-a-vis von der Mohrenapotheke kehrt die Stadt, fällt wieder Leben ein. Wo es ganz früher mal Gemüse gab, bekommst du endlich wieder feinen Wein. Na klar kannst du auch Kaffee ordern oder Latte oder ein Wässer leihen. Da kommst du an und fühlst dich wohl, da kannst du ganz du selber sein. Amsterdam, das liegt in Stadtfeldost, wo der Hipster sitzt und die Madame. Ein paar Häuser weiter ist die Poste und direkt davor fährt dort unser Tram. Mittags der Jelle machen Mittagspause oder Prüfer im Bauten und Sand. Hier trifft man sich zum ersten Mal oder wird man schon ganz lang bekannt. Es war Frank Gierings Lieblingsort und auch der Joschka Fischer fand's brillant. Den Kronleuchter mit Falluskerzen und das Liebesleinen an der Wand. Amsterdam, das liegt in Stadtfeldost, wo der Hipster sitzt und die Madame. Ein paar Häuser weiter ist die Poste und direkt davor fährt Don und unsere Tram. Sonntags traf man Tapasfreunde, der Milchkaffee war dezplämiert. Abends konnte man kaum treten, querbeet und Speisen da serviert. Geschäftsleute erschienen Mittags, zum Dinner kamen an Dekolletien. Beim Parken musste man oft tricksen, vor sinnlos Runden durchs Gefierd. Amsterdam, das liegt in Stadtfeldost, wo der Hipster sitzt und die Madame. Ein paar Häuser weiter liegt die Poste und direkt davor fährt Don und unsere Tram. Olfenstädter, Ecke Freilichgrad gegenüber, wirkt Bäcker Schäfer. Die Sparkasse mit Automat neben anderen Versicherungsvertretern. Hier sitzt du drinnen oder draußen, beim Lesen, Quatschen, Schweigen oder Streiten. Hier kannst du fröhlich Cocktails saufen und schwärmen von den guten alten Zeiten. Beugst Passanten auf den Gehsteig, kannst deine Engstürnigkeit aufweiten. Hier bist du Gast und kannst als Freund ganzes Rät den größten Tratsch verbreiten. Amsterdam, das liegt in Stadtfeldost, wo der Hipster sitzt und die Madame. Ein paar Häuser weiter ist die Poste und direkt davor fährt Don und unsere Tram. Olfenstädter, Ecke Freilichgrad gegenüber, wirkt Bäcker Schäfer. Die Sparkasse mit Automat neben anderen Versicherungsvertretern. Amsterdam, ich bin dir zugetan, ich mag nicht nur dein Biktogramm. Amsterdam, Amsterdam, du machst mich an, weil ich nun mal nicht anders kann. odia Бы there sufficient. Ängel Biktogramm- Untertitelung des ZDF, 2020